Nein, ich fall runter! Schnapp, mach das Bokotil! Ist ja richtig, aber... Ich bin Hester gewesen. Nein, du kleiner Hund, ey! Mit... Boah, geil, ey! Okay, Domi ist schon mal am Start. Keine Karte wählen, bis alle drin sind. Ja, mach ich. Ich mach jetzt gar nix. Ich mach gar nix. Kann man mit Automatik vergleichen? Nee, selber Gas geben musst ja schon, ne? Also, man kann nicht so... Man hat aber nicht den dreifach... Ihr seid wieder woanders? Okay, jetzt sind es aber mehr Leute, ne? Wie woanders. Ich bin jetzt in deiner Lobby, also mit den anderen noch dazu. Jetzt müsste es richtig sein. So, ab ins dritte Tun. Ja, jetzt aber. Ja, trotzdem nur fünf Leute. Ich bin so viel, ich bin auch dabei. Sonst musst du, äh, äh, Daniel hinterher joinen. Du musst ihn doch bestimmt bei Switch in der Freundesliste. Kollege kommt auch nicht rein, der hat... Verstehe ich auch nicht. Das ist echt... Boah, der Online-Klops ja auch jetzt. Aber ich... Wieso ist Domi jetzt schon auf dem Ersten? Domi, warum bist du auf dem Ersten? Das, das, das gültet nicht. Ach, komm. Aber wir wissen ja, die Blaue, die wird es wieder richten. Ja. Und letztes Mal war so viel auch voll gut. Und die ist ja, äh, später nachgejoint. Hat auch gut Punkte gewissen, ne? Domi... Von dem Ersten... Ach, ich Idiot. Das war... Das war... Und du mir keine Routen nach hinten schmeißen, ne? Das ist asozial. Da haben sie mir die Item-Boxer mit. Komm schon. Hits. Das war jetzt die verschwenderischste Banane, die es gibt. Aber egal. Das ist doch in Discord, Domi. Sags gar nix. Ja, musst mich konzentrieren. Nein, musst du nicht. Nein, jetzt hab ich mich nicht konzentriert. Ey, wie... Das erste Rennen, das... Das löschen wir mal aus dem Kopf, ne? Emily, Moly. Ist wieder am Fahrschul... Am Fahrschul... Führerschein lernen? Also, wieso hab ich die jetzt nach vorne geschmissen? Ist ja egal. Ist ja erst zweiterin, da geht noch was. Kein Platz mehr verfügbar? Okay, das verstehe ich nicht. Wir sind doch nur fünf. Nur zur Pause, ja. Unser Mario Kart zu gucken, ne? Oh, irgendwann hab ich weggesnapped. Worum er hinter mir gefahren ist? Ich glaub, es war nicht so fies, es geht mir nach Ärger. Wobei, Tonier ist egal. Von mir wird, also ich gefahren. Jetzt geht's? Aber man weiß nicht, woran das lag, ne? Hm. Wieso kann die Pflanze eigentlich nicht den Geist wegfressen? Oh, jetzt krieg ich wieder eine rote Apel. Ey, ein Bot ist vor mir, kann's sein? Wo, mir hatte ich die blaue noch erwischt? Na, natürlich ärgerlich, eine Runde Rückstand, ne? Ich muss mich raten, Domi ist wieder Erster, ne? Ne, Alter, ein Bot ist Erster, was ist hier los? Hä? Domi, du bist schlechter als ein Bot. Ja, ich auch, aber egal. Ich glaub, Sophie hatte letztes Mal vier Runden Rückstand. Die ist auch später nachgejoint. Domi, willst du was sagen, dass ein Bot vor dir ist? Disconnection? Wieso Disconnection? Bei Discord? Oh, Tatsache. Also, heute ist Technik die begeistert, ne? Muss man ehrlich sagen. Der muss noch mal nachschäumen. Mein letztes Mal hatte ich keinen Rückstand. Doch. Oder war das das erste Turnier, so viel, wo du, ich glaub, in der vierten Runde reingekommen ist, ne? Ja, aber die ersten Runden, also beim letzten Turnier, war es die ersten Runden richtig gut gewesen. Guck mal, gruselwusel hier. Was ist eigentlich, wenn Bot Erster wird? Wer kriegt der den Geschenkgutschein? Hm. Ja, der Nächste, der dann halt echt Spieler ist, ne? Echtgeld, wollte ich grad sagen. Nein. Das wäre wieder verkehrt. Ah, es kommt gruselwusel, genau. Daran denken, wenn man Pilz hat, durch die Bibliothek da abkürzen, ne? Keine Tipps geben. So viel hinter mir? Aha. Ja, Hauptsache Katzenpiegel auf dem ersten mit so einem Gammelrad. Oder was die da für ein Gefährt hat. Die Troller. Die Troller. Wie so fährt die denn so gut? Hier einmal der Lunde war letztes Mal auch richtig gut. Im letzten Turnier. Ah, wenigstens was zum Abwärmen. Hab ich die Mänze nicht bekommen. Jetzt hab ich die Rute nach hinten geschmissen. Obst. Hab ich mal den Scheißmuch gemacht. Aber dafür ist es mir auch mal vergönnt, ne? Was? Wer macht die Bombe jetzt, ne? Ich wusste es. Ich wusste es. Ah. Ah. Du viel, hörst auf. So du mal ran. Hey. Hier ist mal die zehn Münzen. Ah, ich hab zehn Münzen. Das ist schon mal gut. Moin, das Scholl. Okay, drei Rote ist schon mal sexy. Weiß er was am Arsch hat? Ich glaube, eine behalte ich hier. Da kommt die blaue. Die Rote kann ich mal sparen. Wir machen das jetzt gar nicht mal so verkehrt, wenn ich auf den Meter rankomme. Witze. Oh, komm, der hat sitzen müssen. Nein. Oh, ich hätte den Bummern reinget. Schmeiß. Ja, da haben wir ihn. Nein, nein. Der fackt denn wieder ab? Daniel 2. Daniel, Daniel, heute wieder am Start. Nein, jetzt wird wieder durchgereicht. Sonst was. Und wo kommen denn die ganzen Roten her? Ich glaube, das wird nicht weit von mir heute. Komm. Guck mal, eine Rakete oder einen Blitz. Oder egal. Stern. Ein Stern. Was ist der blöde Katzenbott? Nein, ich habe kein Item bekommen. Und das in der letzten Runde wieder. Ja, erst mal. Oh, es ist nicht weiter heute. Es ist nicht weiter. Wieder, wieder der Bot vor mir. Was ist hier los? Ich weiß jetzt schon, das wäre ein sehr spannendes Turnier. Domi ist nicht erster. Hätte ich eigentlich wieder eine starke Konkurrenz. Vom anderen Stream. Machen wir hier Yoshital. Es ist erst das zweite Rennen und schon wieder so leicht aggro, herzrasen. Das ist Hauer. Ja, was willst du machen? Heute gibt es kein Wein. Heute gibt es Gaming Booster. Ändert auch nichts am Fahren. Kopfhörstil, aber egal. Besser geht immer, ne? Man muss ja auch ein bisschen spannend machen. Luft nach oben lassen, ne? Wenn ich jetzt immer erster wäre, das wäre auch so. Ach. Jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wenn wir es irgendwann mal schaffen, dass wir eine volle Lobby mit zwölf Leuten, dann habe ich für die ersten drei Leute Geschenkutscheine raus. Also für Phil noch. Richtig der erste 25 und zweiter und dritter 15. Vom Gedanken her. Ich lindere mich eigentlich, ne? Was bringt deine Switch dann mit? Ah. Sophie, ich muss mal gucken, weil ich ab nächstes Wochenende wieder in der Bar arbeite, ne? Ob ich denn Wochen... das Wochenende denn überhaupt kann, ne? Muss ich mal den Kalender gucken. Ist mir gestern eingefallen. Also nach dem Stream gestern. Man muss mal gucken, was... Vielleicht das Wochenende da rauf zu 0 oder... Finden wir schon hin. Au. Das war gar nicht Domi, verdammt. Es gibt noch andere Menschen, die mit Waluigi Farben und sein Krumm Wein, ey. Nein. Nein. Hä, wie? Die hat mich nicht erwischt. Alles klar, soweit. Aber die... Jetzt ist Domi wieder mit seinen Scheiß drei Roten, ne? Und noch eine. Über auch mich. Wenn ich jetzt immer put with my dad... Uh, ey, du bist... Äh. Oh, hab ich so viel noch getroffen. Sorry. Egal, es ist schon hier. Das, äh... Alter. Bot hinter mir, im Ernst? Schön einen reingedrückt. Ah, hier, was ist Neues, Alter, muss ich. Hm, ist klar. Es geht schon wieder los. Ah. Huch, da wurde einer geplattet. Auf nett. Auf nebenbei. Das Schregen-Style. Das Schregen-Style. Okay, ein Rudermarsch. Ah. Hau. Das, ich wusste es. Ich wusste es. Oh. So viel zieht vorbei. Hat's eigentlich... Bin, nee. Bin durch, muss Arzt, oder was? Oh, da können wir gleich abkürzen. Ja, ich komme wieder drei Rute auf mich, ne? Ja, komm schon. Das kann's nicht sein. Weg. Bibi. Nein, er hat sich nicht erwischt. Er hat noch Spawn-Schutz gehabt. Nein. Was, doch, wie auch von zwei. Ja, komm. Nein, ich fall runter. Oh, Mann. Ah, ich hab's selbst versaut. Ich hab's selbst versaut. So blöd kann keiner sein wieder, ne? Aha. Weg, weg, weg. Ich glaub, nächstes Turnier machen wir nicht furiose Items, oder? Das ist teilweise echt hart. Dummi, 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 dummi. Äh. Wieso hab ich denn jetzt den Geist eingesetzt? Ach, der fang. Ach, nur eine Box wieder. Jetzt werd ich wahrscheinlich noch einmal abgeschossen, so kurz vor. Oh, die Rote hab ich weggemacht. Oh, so viel geht durch, geht steil. Oh. Dummi. Oh. Oh, ich hab echt so viel gegönnt, dass sie, äh, vor mir ist, ne? Wobei, ich gönne heute kein Basis-Turnier. Scheiße, ey. Heftig. Ja, es ist, äh, heute ist echt anstrengend, ne? Ja, aber so soll das ja sein. Aber überhaupt so, immer hat Spaß. Es ist auch nicht wichtig, immer Erster zu werden, Dummi, übrigens. Und jetzt 1 von 5 kurz vorm Ziel. Oh, ey. Es war nicht meine Schuld, die Blaue kam. Wer auch immer die rausgehauen hat. Puh. Ich will schon wieder sehen, dass Dummi die Krone hat. Soll ich dir gleich den Geschenkenschein schicken? Ja, das, äh, hatte ich auch, sonst wäre ich weiter hinten gegangen. Also nicht auf dem zweiten. Wäre ich, glaube ich, Vita oder so geworden, wenn die Blaue nicht gekommen wäre. Im Endeffekt sowieso, weiß man nicht. Es ist schlimmer als Casino spielen, Mario Kart. Du weißt ja nicht, was du für Items kriegst. Was meistens sicher ist, dass einmal pro Match die Blaue kommt, ne? Also, das war auf der Wii U nicht so. Da hast du auch mal auf dem dritten eine Rakete bekommen, ne? Fällt mir ein. Ich weiß jetzt gar nicht von den Spielernamen, wer wer ist. Pocky ist, äh, MK Destroy, oder? Glaube ich. Ja, mach bloß am Fernseher, ist so viel geil, da so viel. So im Handheld-Modus, ey. Uh, nee. Wobei, ich hab für ein, äh, Animal Crossing im Handheld-Modus gespielt. Das geht. Du brauchst ja keine schnelle Reaktion und so, ne? Nicht wieder täglich dabei, aber ich streame das erstmal nicht, weil, morgen bin ich übrigens, äh, helfe ich ein Kumpel beim Umzug. Also, wenn ich morgen online sollte, hab da ja nicht so den Mario Party angesagt, abends, notags hat er denn sowieso nicht, wenn wir im Videos, ich muss so viel Videos schreiben. Und ich soll aufhören zu sabbeln, weil Turnier ist, so. Oh. Habe ich keine einzige Münze, Herr Gauner, ne? Das ist aber gut, wenn man die Bombe am Arsch hat und eine Rute kommt, oder einer fährt rein, dass man nicht mit rum geht. Fehlt der Fisch, ey. Da gibt mir was zum Abwehren, keine Münze. Nein, 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 nein. Das ist euer fucking ernst schon wieder? Egal, letzte Runde wird wieder die Letze gegeiert. Oh, nicht mich treffen, ich mich treffen, ich treffe mich. Ich strecke es aber auch echt schwer zu fahren, ne? Ach, nur eine Box, ne, egal. Du bist wieder auf dem ersten. Können wir einen Wogkick machen, oder so? Nein! Keinig, ich schieße die Rute ab, obwohl... Nein. Pass auf, noch eine, ne? Ist wahrscheinlich gegen so einen Knochen-Trockentyp gekommen. Ach so, ich bin Zweiter. Sexy. Nicht den Tag vor dem Arm droben, ne? Scheiße, er hat eine Trödel. Nee, der trödelt mich weg. Weil, er wird zwar... Selten dem nicht. So blöd kann echt keiner sein. Und am besten noch immer... Versaust, versaust selbst. Schnapp, mach das Krokodil. Oh, 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 oh. Nein. 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 Jetzt überhunden sie mich wieder alle. Die Klaue, die Klaue. Hey, was ist denn wieder los hier, ey? Ja, genau, so viel kriegt eine Rakete, ey. Nein, nein. Oh, meine Fresse, ey. Hät man das die 24 Rennen durch? Ich weiß es nicht. Psychiater hinterher. Hi. Jetzt schon keine Lust mehr. Das sind doch nur 24 Rennen. Immer mal Kumbo-Weide. Oh, alle machen Kumbo-Weide. Als wenn man sich abgesprochen. Ja, einer fällt immer aus der Reihe, wer es auch immer war. So viel, das ist Mario Kart. Wie kann man da keine Lust mehr haben? Und die Karma-Schelle kommt sowieso immer in der vorletzen Kurve. Das ist halt bekannt. Ja, da wieder die Krone, ne? Ach. Hat eine in der Krone hier. So viel wie Donkey Kong? Jetzt müsste echt mal Bibi Park oder Exide Bike kommen, ne? Oh, das wäre völliges Chaos. Komm, Kumbo-Weide, ja. Geht doch. Kumo-Mumu. Nicht-Mumu-Weide, ne? Hm? Besuch? Heißt du, du musst raus? Aus dem Turnier? Wahrscheinlich. Nicht-Mumu, ne? Hm. Sicher? Oh, wei. Weg, weg. Oha, oha. Alter! Fahr nicht in die Ruh. Okay, irgendjemand ist in die Ruh. Wir fahren, dann kann ich nichts für. Ei, 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 ei. Jetzt ist stressig. Digga. Ich wollte nur seine scheiß Grüne getroffen. Oh je. Daniel ist auf dem ersten. Komm, komm, trau dich, trau dich. Trau dich. Nein, du bist... Oh. Das war wieder so eine dumme Sachsituation. Fettdamm. Nee, aber auch alle auf dem Haufen hier, ne? Nichts beieinander. Schwein. Run. Ich glaub, man kann malo-kart direkt Streamer ausmachen. Nein, nein. Aber es ist echt spannend von dem Platz hier. Scheiße, jetzt krieg ich wieder eine Runde reingedrückt. Ich sag's. Und das ist auch noch von Bot. Ist ein erster? Katzen-Peaches auch ein erster. Und ich hab nur Münzen. So, jetzt reinhauen. Guck mal was. Ich krieg wieder... Okay, auf den 6 und 3 Pilze. Nein. Ach, das ist das... Ich bin heute echt unkonzentriert, ne? Ach, was war das? Nein. Nein. Ach, wieder nur scheiß Pilze. Pilze. Ich hab nicht mal eine Rote diese Runde bekommen. Musst du mich noch wechseln, halt mit der Bombe. Ja, oder auch mich. Ach, komm, ey. Das wird nicht mein Ton hier. Oha, Daniel auf dem ersten. Heftiger Typ. Hat da jemand geübt? Fliegt ausnahmsweise mal nicht der Controller heute. Bei mir bin ich mir nicht ganz so sicher. Hm. Mach mal auf ganz einfaches Rennen. Mal los, Piste. Du mir ist schon wieder erster. Ohne. Du mir hat einen Enercon. Ja, Sophie. Bis nachher. Bis später. Echt, aber ich hab keine... Keine einzige Rote auf Kumo-Walde bekommen, ne? Irgendwie so... Scheiß. Wir fällen wieder aufs Reihe und will Bausatzfestung spielen. Das ist so, die Map, die ist nicht schön. Die ist überhaupt nicht schön. Ich hab's auch gar nicht die Punkte-Tabelle im Kopf, wenn der Gesamtwertung erster ist. Ist ja auch egal. Am Ende wird abgerechnet. Du mir hat 57. Scheiße, ey. Egal. Aufruhjagd beginnt. So, sechstes Rennen. Bis Rennen 24 ist nur ein Bündnis, ne? Und ich werd das nächste Mal auch wieder so handhaben, wenn ich das nächste Turnier mach. Kein Voreingestelltes. Weil irgendwie ja dann ein paar Leute, die in einer anderen Lobby gelandet sind. Weiß zwar nicht warum. Keine Ahnung. Irgendwas... Irgendwas läuft ja immer verkehrt. Irgendwas ist ja immer. So heißt das. Was ist Daniel denn heute so gut? Der hat doch geübt. Nix Elden Ring. Der hat irgendwann nochmal eine Kart gespielt. Ach, guck mal. Also bis jetzt... Keine gute... Oh, der mit Schwede. Der geht wahrscheinlich für eine Route drauf, ne? Das hab ich gesagt. Okay. Oh, ich muss die, äh, 10, 10 Coins vollkriegen. Ob sicher. Das ist ein fucking serious, ey. Ich hab' ich mal einen Drift bekommen, egal. Kommt die Blaue, es kommt die Blaue. Es ist... Es wär's ein geblitzt, Dings, kommst du denn. Na komm, überhol mich schon. Das ist ein Bot. Trotz Blau hat mich noch auf den ersten. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder eine Rote, ne? Okay. Oh Gott, lassen wir mal die Fliege vorne. Botts kürzen ja sogar ab. Hm. Was hab ich denn hier auf dem Mittel? Wer war das? Ja. Oh, mal Gerdau und der Weltuntergang hier. Der Bottschweiß rückt ja nach hinten. Ist ja richtig ab. Okay, mich aufregen. Es ist nur ein Spiel. Verdammte Scheiße. Oh, ist schon stabil auf dem ersten. Jetzt ist man schon wieder auf dem fünften. Es ist... Ach, ist schon letzte Runde. Ach, komm. Immer was gut ist, immer was gut ist. Immer mal super. Treff ich noch ein? Ah! Oh. Stabiler fünfter, ne? Geil. Ein fucking Bot ist erster. Was ist denn mit dem Bots los? Was ist denn mit Carsten los? Ja. Was lustig wäre, wenn man die Bots benennen könnte. Wobei, da kommt wieder nur Scheiße bei raus. Wenn es geben würde. Nimm mal die andere Marios Piste. Hey, verwechst du, ist das königliche Rennpiste? Ne, ne? Das ist Marios Piste so. Irgendwie. Ach, egal. Ach, wir sind zu acht. Waren wir nicht eben zu siebt? Und Sophie ist raus? Ist da noch einer nachgejoint? Hm. Wir müssen ja jetzt... Hä? Na, egal. Nicht denken, einfach fahren. Stress dich heute wieder. Und ich darf mir das wieder nicht selbst versauen, dass ich irgendwie gegen eine Bande fahre oder so. Bande von Idioten hier. Fährt mir jetzt... Ach. Oh, der Bowser ist ein Bot. Au. Siehst du, da ist fast wieder versemmelt hier. Ich bin so viel hinten. Das darf man echt keinen zeigen, ne? Wahrscheinlich wieder so ein Millisekunden-Ding, bis der jetzt weg gewesen wäre, ne? Und ich hätte einfach links fahren sollen. Toll. Fein! Ich hab auch einfach nur Pech, ne? Oh, komm schon. Ich krieg auch mal drei... Ich hab mich auch noch verdrückt. Blaue, die blaue, die blaue. Ich hoffe nicht. Fertig nicht. Erne pflanzt. Scheiße. Nicht liegen, nicht liegen. Okay, diesmal nicht. Nein. Ich zieh grad schon wieder auf. Weg, weg, weg. Nicht schon wieder. Konzentrieren. Meine Rote. Nein, ey, du... Das kann's doch echt nicht sein. Jetzt bin ich schon wieder völlig raus. Warte... Ah, ich hab was vergessen. Jetzt können wieder alle Leute nachscheuen. Da war grad ein Franzose. Ah, ich hab den Daniel-Feder gemacht. Ja. Ja. Ich bin so... Hm. Aber das beitritt nur mit Code, ne? Ich hab deswegen das Einnahmen mehr. Okay. Und das Wunschneider-Spiel. Das ist selten dämlich, dass ich das wieder nicht hingestellt hab. Boah. Ja! Weg markets? Ah! Das hab ich nichtmorgen. So ist schon viel. Na ja. Ach, komm. Herbert. ist ein zuviel mal kurz schreiben hier muss ich gleich machen mal staubtrockene wüsste 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 so ich mach doch mal die werbung weg hier bitte weh okay muss weiterspielen höchste konzentration jetzt achtes rennen also ist noch alles und dankbare item das ist das ist ja da zwei franzosen nachgejoint genau das wollte ich verhindern ich hab mich auf beitreten mit kuhn eingestellt das heißt mal wieder beim letzten turnier auch so scheiß drauf ey da muss man echt dran denken komm machen wir das beste draus die kommen sowieso schlecht das ist ich sehe nix ich sehe nix ey das ist da trifft mich die scheiß blaue ey nur eine ey neul die pilze im 3er pack da ist ja jemand in der bananen das war glaube ich sogar meine bananen ich hatte für den 3er pack och ne ey das ja und das schmeißt ja noch nach unten ja okay wir müssen mal abholzen auf den auf schiene dich Windschatten klauen ja meine Wache und die Feuerblume ei 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 wieder ein Pilz nur Pilze nein ach komm das ist unfassbar unfassbar ist es Pilze was soll ich mit dem verdammten Pilz grad wo nein keine Box bekommen immer wieder selten gehen ich komm doch kein Items mehr ja genau am besten noch von der Rakete treffen ich mach mir gleich ein Bein auf wenn das so weiter geht ey ich könnte weinen denn echt oh Domi hat schon 93 bitte ja Incoming Gutschein für Domi wieder mhm naja ist er jetzt Rennen Nummer Nummer 9 ich glaub Rennen Nummer 9 ist jetzt 9 oder 10 irgendwie um den Dreh auf jeden Fall mhm Let's Fats und überlegen ich glaub äh zum Runterkommen Armageddon der hat letztes Mal auch mitgespielt ich weiß das ist aus dem von vom Daniel aus den anderen Stream Zuschauer wenn du Wein trinkst bitte nicht Wein ne ich muss ja wegen Mario Kart weinen nicht wegen dem Wein oh Wortspiel Halten wir es äh kurz zusammen gefasst aber Gettdon ist ein guter Spieler mehr weiß ich auch nicht Shit ich krieg äh Kopfschmerzen jetzt schon ne ich trink heute kein Wein weil ich muss morgen morgen früh Umzug Umzugshelper mir wurde Bier Bier und Döner versprochen sonst hätte ich es nicht gemacht hätte ich äh Zahnarzttermin auf und Sonntag sag ich doch neuntes Rennen Boah schlimmer Dampfen hier ich glaub nach Marukat genau spiel ich Mario Party zum Runterkommen oder Warzone zum Runterkommen hm ja ich bin sowieso ab 21 Uhr im Allang Stream heißt ich Raider dann wieder rüber und dann mach ich ne Flasche weiter ja ja jetzt über Marukat was Don't drink and wipe und so ne ich bin erster hab ich Buchsgefühl ei 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 komm eigentlich müssen wir jetzt genau auf ihn gehen das war Domi wieder ey Banause ey jetzt mal zum Schlafen mal in Ruhe i Ah die Rote am Arsch komm also ein muss ich ja wo die Rote ne rote ne grüne ja ich bin auf den Zweiten sexy Hau mal die Grünen nach hinten hauen, ne? Wann kommt die Blaue? Wann kommt die Blaue? Wenn man sie braucht, kommt sie nicht. Jetzt kriegen wir Tröde, ey. Auf den Zweiten. Und nicht, dass ich durch Normalfahren jetzt den ersten kriege. Ach, komm. Ja. Mist. So, sobald sein Stern weg ist. Ja, greif den ersten an. Er hat drei Bananen. Nein, ich fahr da rein. Das war jetzt aber... Er hat eine Bombe. Die mich fast noch erwischt hätte. Aber nur fast. Oh, Abkürzung, Abkürzung. Nicht runter. Ich wäre auch fast runtergefallen. Ich bin besser gewesen. Das ist schlecht. Blaue, blaue. Ja. Ja. Boah, komm. Jetzt nichts Dummes, Mann. Erzeuger und Erster. Könnte was werden, wenn ich jetzt nicht wieder irgendeinen Scheiß anstelle, ne? Ich brauche das zum Abwärmen. Oh, okay. Bananen ist schon mal gut. Ein coming in erster Platz, oder was? Ja, rollo. Abkürzung. Da kommt der Blitz noch mal. Aus Prinzip kommt noch mal ein Blitz am Ende. So, so wollen wir das sehen. Save auf dem ersten. Ich glaube nicht, dass ich den Gesamt, ne, Gesamt bin. Also, ich bin froh, wenn ich bei der starken Konkurrenz einen von den ersten drei Plätzen abkriege. So muss das sein. Plus 15 Punkte. Bam. Danke, dass du den ersten Platz geschützt hast. Natürlich. Logo. Ach, Mann. Komm, machen wir auf Oldschool-Donut-Ebene, ne? Super Nintendo-Map. Ach, solange du Zweiter bist, ist das denn wieder okay, ja? Aha. Ich glaube, das Turnier lade ich im Anschluss nicht auf YouTube hoch. Wenn ich es nicht in die Top 3 schaffe, ja. Man muss ja nicht immer auf gewinnen. Wer ist denn da schon wieder nachgejoint? Guck mal, der mit der Brille unten rechts. Ist der Dummi von uns oder von Nachgejoint? Der ist von mir. Der hat ja auch gerade vor dir geschrieben. Das ist Dummi. Das ist der Dummi. Gib nur einen. Den Dummi Nader. Der kennt auch alle Abkürzungen, ne? Habe ich so das Gefühl? Ich bin von Dummi, lol. Ja. Macht das gerade Sinn? Nein. Der hat schon über 100. 105. Oh. Also drei Leute sind einfach nachgejoint. Ja, warum war Luigi ein Wiggler? Weil man munke, dass es die beste Card-Kombi ist, ne? Also gegen den ich mal gespielt habe, irgendwie... Das war der Top. Weiß ich nicht. Ach, komm. Auf jeden Fall Weltrangliste irgendwas um Platz 30 oder so. Der hat als Bowser gespielt. Oh, er hat die Routine nicht nach hinten geschmissen. Hallo. Ruten Kreis. Rotes Kreuz im Kalender. Rotes Kreuz im Kalender, ist klar. Ach, komm. Ding, ding, ding. So, guck mal was Vernünftiges hier in Sternen. Oh, vier Pilze, ey. Ist es denn zu fassen? Ja, für das nächste Turnier dran denken, dass man nur mit Kot-Beitreten einstellt, ne? Jetzt hat er mal wieder zwei Franzosen, aber die merkt man gar nicht, die machen nix und irgendwie einer aus Hongkong, glaube ich. So lange kein Japaner? Das sind ja so die... Heißrohrspieler. Jetzt hat er mir die Feuerblume geklaut. Weil ich darf doch nicht jetzt so einmal selber kommen. Passiert sowas. Scheiße, ey. Oh, haben wir einen Pilz geklaut. Ach, komm, ich färs aus wieder. So, Schiss zu überholen. Er hat Boomerang. Andere... Scheiße, ich hab' ich's eingesammelt. Oh, wie so blöd. So blöd kann man nicht sein, ne? Ach ja, und jetzt wieder kurzfunkt. Achso, ist vorletzte Rund, ich da, ist der letzte. Hau hin. Ja, bin schon wieder raus, ne? Wie viel. All time, all time. Also, ich beruhl' jetzt erstmal nicht. Oh, ich bin schon wieder raus, ne? Ja. Okay, Bananen hat er. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man ausweicht. Ach, ich bin, ich bin sch... Komm, es gibt mir irgendwie noch Goldpilz, weil... Ja, okay. Das könnte auch einen Platz gut machen, ne? Ach, komm. Vierter. Naja, nicht ärgern. Nicht ärgern, nur Wunder. What the fuck, ey. Und der legendäre Blitz am Ende, der musste einfach kommen, wie die Runde davor. So, nächstes Mal wieder direkt, äh, bei Streamstart, denn, äh... Dings, wie heißt das denn? Turnier-Stand. Weil es so ist. Ja, aus Prinzip. Auch richtig aus Prinzip, ne? Marius Pistil. Ich hätte jetzt echt Bock auf Excitebike, ne? Ich mach mal zufällig. Ich mach mal zufällig. Die Glor reichen sieben, ne? Sieben ist meine Lieblingszahl. Scheiße auf die Nachjoiner, ne? Und ich wette auch nicht. Das ist eigentlich auch dumm, am Anfang den Turnier-Code in Twitch-Chat zu schreiben. So können natürlich Leute auch nachjoinen, die nicht sollen. Ich wette nur auf, äh, Discord. Genau. Ja. Warum nicht? Einfach nur auf Discord. So. Also wir sind sechs und ein Nachjoiner ist dabei. Alles klar soweit. Und nur raus auf... Ne, ist nicht Instrumentalpiste, ne? Wie heißen die? Oder ist das... Egal. Oh, 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 oh. Oh. Keine Doppelbox, natürlich nicht. Das wäre aber auch zu viel verlangen. Ne Bombe. Ey, ich habe eine Bombe gehabt. Ja. Ruhig bleiben. Das ist unfassbar, Alter. Neunter. Kriege ich auch mal eine Rakete mit dazu? Ja, perfekt. Wobei, die bringt jetzt, glaube ich, gar nicht mal so viel. Oh, mit Raketeabwehr zu genommen. Hey, komm. Ich hatte... Wäre das bei einem Raketenflieg passiert, ne? Blitz. Wäre mir nichts passiert und ich hätte richtig aufholen können. Ja, werde ich auch noch geklettet. Wer war das? So, Daniel. Daniel 2 war das. Hey. Ach, wieso sammle ich nur... Also, heute ist echt kein Mario-Falltag, ne? Oh. Jetzt müsste ich jetzt kommen. Das ist natürlich nicht passiert. Ich will beantworten, wer weiß, dass ich nicht mehr so viel mehr aufhören kann. Wie sind die Bots eigentlich so? Und die sind auch... Alter, Leid. Du Schreie. Ja. Hey. Die Feuerblume behalte ich jetzt, falls eine Rolle kommt. Weil... Hey. Hey. Nicht verdüften. jeder kommt jetzt noch mehr rum gehen, dann war es das wieder mit am besten. Jetzt kommt wieder was, ne? Du hast den grünen, glaube ich. Ja. Nix Dummes machen, nix Dummes machen. Ja. Oh, ich krieg Herzkasper heute. Wenn ich den Stream überlebe, ist alles gut. Ich habe überlegt, was ich da nachspiele. Autorennen liegt vor Speed. 106 und der erste hat 129. Es ist machbar. Man kann doch nicht im eigenen Turnier eine schlechte Platzierung kriegen, ne? Nein. Komm, wir machen richtig Stress auf Babypark. Dummi fällt wieder aus der Reihe mit einem Cheep-Cheep-Strand. Dieser Typ, ne? Cheep-Cheep? Ne. Bin auf Stress aus. Heute Babypark und Excitebike. Siehste? Jetzt sind wir sechs. Hä? Also ist jetzt die, die auch mitspielen sollen, sind in der Lobby, ne? Geh ich mal stark von aus. Und da kommt Regenbogenstrecke. Hm, auch nicht verkehrt. Jetzt ist ein Regenbogen. Okay, nach dem Rennen haben wir die Hälfte geschafft. Sind da 24 insgesamt. Puh. Wir sind noch ein bisschen mit Verzögerung angefangen, weil der Turnierquote irgendwie gespackt hat. Leichte Spackung halt. Genau sowas darf nicht passieren. Muss irgendwie, wenn kein Turnier ist, noch ein bisschen trainieren scheint so. Komm, 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 komm. Komm. Äh, genau. Falls ich morgen schaffe online zu kommen, wird Mario Party gestillt. Kein Karte erstmal. Das ist wieder zwei Wochen Ruhe, bis das nächste Turnier ist. Das ist aber ganz gut, dass man das ja nicht geliebensamt sagt. Das wäre ein bisschen viel. Geht auch ins Geld, wenn ich denn immer Gutscheine kaufen müsse. Alles Betriebsausgaben. Wird genug als Kurken geschaffen. Nicht als Werbekosten, wie ich erst wieder hatte. Nein, du Kleine. Das war ein Block, oder? Missfiel. Komm, dumm, 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 dumm. Er fällt da runter. Er hat Respekt gehabt. Er hat Respekt gehabt. Oh boy. Ey. Das kann's nicht sein, dass ich wieder so ein Unglück hab. Unglück hab? Ist das richtig? Na. Ich sag mal einfach, dass ich Pech hab. Ganz einfach. Digga, Wolfpilze plus drei Pilze. Was ist hier los? Was? Oh, was? Ich glaube, ich werde da echt nochmal hocken. Das Spielzeug. Tendiere zu Bozo. Ach. Das klingt richtig. Was klingt richtig? Bozo? Äh. Wander spielt da her? Wie? 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 ja du wieder hätte mit seinen kacken ich glaube ich musste blacklist für tut ja jetzt bin ich wieder komplett das ist auch man jetzt kann man so ein paar rennen habe ich mir so ein geistessplitz und werde erster und jetzt ist schon wieder zwei raketen ist klar pilze ja stopp wieder siebter ja 1 2 3 bots auf platz 2 3 4 ich habe die doch auf normal eingestellt nicht auf schwierig so ist es noch mal big blue grusel grusel hatten wir schon oder man nimmt einfach nur ende war auch eine option ja kommt sogar wo das festung ist so nur lava grün ist schlimmer will man nicht spielen mag man nicht das ist eigentlich eine online der mario party mitspielen kann weil allein bringt das macht das keinen sinn außer ich spiele super sehr hier weiter ich weiß ja mal das alte mario party was ich mal auch hätte behalten sollen das ist ja was habe ich gesagt ganz toll Ja, und noch mal, wieviel rote gibt's denn hier? Heftiger Holy Shit. Oh, hab ich auch mal ne blaue. Wegen bloß nix. Da wäre ja ein Tentenfischsteiger gewesen. Bei kommt er auch an, der auf dem ersten ist, ne? Ist ja auch Rage Mode. Komm, mach die München voll. Ah, ich komm mit Blitz, ne? Ah, Geist ist jetzt... Heißt ein... Ja, ich glaub mal Items. Komm aber auch nicht weiter als die Irren, ne? Oh, noch ein Stern in der Erde. Da müsste gleich Blitzen kommen. Blitz, 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 Blitz. Ah, komm schon. Will ich nicht. Ja, zu geil. Alles Rollblitz oder so. Ja. Ah, ich wollte Domi noch treffen. Scheiße. Was für ein Rennen mal wieder, ne? Hei, 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 hau dir. Getternut 140. Ja. Kumu? Kumu hat mir schon. Was aber? Ich mach Rennen. Kein unnötigen Stress verursachen hier. Es ist wieder... Kein unnötigen Stress, ne? Und ich will Babyparken. So, so. 18.55. Ich könnte auch... Oh, nee. Warte, wer hier mal... Enden-Crossing-Dorf. Das ist auch gut. Das ist gut. Fast. Fast. Aber wir hatten schon, äh... Kumu, beide. So. Okay. Okay, let's go. Hei, noch gar nicht abgespielt heute. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Ah ja, weil ich wieder hier... Spindex scheiße mache. Das war jetzt so unnötig, ne? Da hab ich euch den Start verpasselt. Oh, auf außen. Ach, da treffe ich mich selber. Das ist so hundeelend. Ach, am besten noch mal. Guess who's bad. Nicht weg, sondern bad. Das war richtig schlecht, ne? Hat keiner gesehen. Ja. Dann haben wir eben noch die Kurve gekriegt, ne? Plus die Itembox. Also fehlt's auch wieder. Plötzlich. Ist irgendwo... Ja, treff ihn, treff ihn. Nein. Ich hab mich fast selbst weggebommen, ne? Man befährt sich natürlich nicht. Tröte behalten auf jeden Fall. Vom ersten... Ah, ist ja erst zweite Runde. Lass mich raten, die blaue kommt gleich. Ein für den blauen. Äh, ein für den blauen. Nein. Die musste ich jetzt leider einsetzen. War es ein Fehler, man weiß es. Das war ein Fehler. Das auch. Ach, komm schon. Das ist wieder so undagbar, das Spiel, ne? Nein, ich freue mich auf Unbehause. Ja, aber der ist echt gut. Ey. Jetzt hast du den Bummi schmeißt. Das pfeffert nämlich immer gern... ...m hinten. Was? Ach, komm schon, wer war das? Puckli. Jetzt bin ich wieder raus, ey. So gut gewesen. Und jetzt ist wieder die... ...die Loose-Phase angesagt. Die geile Pflanze. Undankbar, undankbar. Komm, da müssen sie alle dicht fahren. Das habe ich Domi nicht getroffen. Jetzt Pilz, Pilz, Pilz. Nein! Domi treffen, Domi treffen. Nein! Ich habe ihn doch getroffen, ja. Sorry, Domi. Oh, das ist auf den Sieben geballert. Uhuhuhu. Ach, ja. So kann es dann auch mal laufen, ne? So, nicht anders. Jetzt können wir mal auf Schieb-Schieb gehen. Ach, ja. Nicht wieder Regenbogen-Map, ne? Weil wegen runterfallen und so. Ist nicht schön. Da gibt's Schöneres. Ja, ja. Nachricht, Nachricht, Nachricht. Ja, wer ist denn das? Also bei hier, bei Daniel aus dem Stream einer, ne? Aber wie heißt der da? Weil, falls er erster wird, muss ich ihn ja den Gutschein schicken. Aha. Ach so, der ist das. Weil der ist doch ich nicht auf meinen Discord, ne? Aha. Na, mal gucken, wer er ist. Wahrscheinlich ein Bot. Das wär's. Dann spiel ich kein Mario-Karten mehr. Dann ist Mario-Karten-Karriere am Ende. Komm. Ehh. 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 Schlecht. Aber nur schlecht. Komm, was zum Abwärmen? Ach, ne ey. Ehh. Ehh. Ist mir das so selten dienlich gewesen. Anders dienlich. Ultra dienlich. Uff. Drei Ruhe, ne? Ich treff ihn ähnlich. Die Blaue, die Blaue. Er hat die Blaue abgewehrt. Nein. Ich seh' nix, ich seh' nix. Okay, einer hätte ich zur Abwehr behalten sollen. Logischerweise, aber... Komm, gerade nächstes. Das ist schon mal schön. Jetzt kriege ich eine Tröde auf den zweiten. Nice. Das Dummi wieder in der Mitte, ne? Ja. Nein, der ist der Hund! Wieder kurz da. Alles klar. Dummi fährt wieder richtig ab. Die mit drei Rute, drei Rute. Ja, wieder eine Tröde, ey. Was soll ich auf den dritten, der da tröde? Scheiße. Nein, nichts eingesammelt. Oh, war das wieder selten dämlich, ne? Ich versau's mir auch immer selbst. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall Doppelbox, ja? Jetzt ein Stern, das wäre echt sexy. Stern und Goldpilz. Nein, du kleine Mist. Ich könnte schon wieder Controller schmeißen. Oh, scheiße. Das ist doch... Also so richtig schmeißen, dass er kaputt ist. So, kurze Pullerpause. Also... Tja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss attackieren. Nein, ich habe nichts eingesammelt. Ey, das ist aber auch teilweise echt eigenverschulden. Ach, wieder nur ein... Heute ist es echt Fail Day ist heute. Scheiße auf die Ruder, bregst du mir. Das ist auch dumm. Das ist auch dumm, die hier wegzuballern, weil die sind dann wieder runterfallen. Das ist so gut. Ich komme nicht in die Brüder. Ich muss dich davon jetzt treffen lassen. Ja komm er hat keine Töte, ne, keine Töte. Ja. Nein, lass ich nur eine haben. Ja. Heftige Runde. Safe. Und hat 182. Ei, ei, ei. Ja, wir schreiben jetzt wieder. Dennis? Jetzt schreiben. Box? Ja. Weißt du was auch Box? Wario Abfahrt. Kommt wahrscheinlich eh nicht. Ja, warum geht hier schon wieder? Kopieren nicht. Aha, so. Mehr Disconnect? Nein. Das schlimmste was passieren kann ist echt wie hier Fehler bei Datenübertragung. Das hatten wir aber noch nicht. Was wir aber hatten vorletzten Sonntag, wo Mario Party gespielt haben, da ich dreimal so rausgeflogen. auf Horrorland. Oh, ich hasse Sprachnachrichten. Nein. Oh. Ah. Dumi macht erstmal auf Disconnect. Er sagt, Switch hat keinen Bock mehr. Das ist scheiße so was. Ah, aber wie ich vermutet hab, echt krass starke Konkurrenz, ne? Also, ersten Platz... Never. Ja, da geht's schon wieder los, ne? Scheiße. Ja. Wurde gleich am Anfang abgefuckt werden. Ja, Scaledi spielt ja auch mit. Das ist grad vor, ja. Ich schaue grad nach, aber komm, andere loggen? Andere loggen? Oh. Ich hab echt grad die Route abgeschossen. Da ist doch einer reingefahren. Da ist doch einer reingefahren. Der Wario Abfahrt kommt sowieso zu 100% die Glaube. Das ist nicht geflunkert. Wie kann das denn sein, wenn man den Turniergrund eingeht, dass man in eine andere Noten kommt? Das geht ja gar nicht. Also, anscheinend doch, aber... Versteh ich nicht. Ei, 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 ei. Der Zweiter, das ist schon mal gut. Mit dem ich sitz... Ah, der hat noch mal Namen. Voll, da bin ich getroffen. Weil noch Spawnschutz vom Blitz hat. Das war jetzt wieder so unwitzig, die zu verwenden, aber hm. Schlecht. 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 Richtig schlecht. Ich kann überleben, ob man noch irgendwie andere... Ja, okay. Smash Brothers Itemate. Das hat irgendwie keiner. Da kann man auch natürlich... Geil. Ich hab doch getrötet. Geil Turniere machen. Ach komm schon. Werde ich halt Zweiter. Raussichtlich. Nichts genaues weiß man nicht. Die eine Pflanze entfernt. Die ist richtig unnütz. Muss man echt die halbe Lobby vor sich, ne? Dann kann man schon ein bisschen... Aufräumen. Habe ich ihn getroffen? Das war ein Anzeigefehler. Scheiße. Blaute, 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 blaute. Ja komm, das könnte es doch sein. Eins muss ihn treffen. Nein, er kommt noch ins Ziel, ne? Er hat eine Tröte gehabt. Nein! Digga, so kurz vorm Ziel. Im Ernst? Nein, nein. Nein, du kleiner Hund, ey. Wir haben es auch noch in der Kunde. Danke. Das war nicht MK des Scheuberer. Hat da mich noch echt... Ach... Nicht ärgern. Nicht ärgern, nicht aufregen, ist schlecht fürs Herz. Was am Ende... Hier auch Regenbogenbule war. Mhm. Natürlich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, wieder runterzufallen. Aber normal, die könnte ich sogar mit verbundenen Augen fahren, die Strecke. Gefühlt. Will ich jetzt nicht beweisen, aber vom Feeding her. Kennt man ja seit Super Mario Kart, die Strecke. Scooby-Doo. Etwa Regenbogenstrecke. Was macht ihr? Ja, Steinblockhut. Ist weder lustig noch funny. Gar nichts. Ja, schön. Man müsste mal auf richtig abfacken. Genau, kann ich disconnecten? Schnackt ja eh keiner mit. Äh, 200er Dings machen. 200er Turnier. Das wär's. Domi hatte disconnect. Und wenn er jetzt nachts schaut, kommt er in eine andere Lobby. Das geht doch gar nicht mit dem Turniercode. Versteh ich nicht, ne? Die Logik. Der kommt schon wieder. Ja. Aber das Gute ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Fehler bei Datenübertragung hätte. Das Turnier ist ja auf dem Online-Nintendo-Server. Es wird weiterlaufen. Er disconnect und nun komme ich an der Lobby. Ja, wieso? Das geht nicht. Aber das hat der MK Destroyer auch vorhin. Das heißt, er gibt den Turniercode ein und kommt in eine andere Lobby. Hey, auf der Baby. Oh, ist das schlecht in der Lesen? Ja, das hat ja mit öffentlichen Nits zu tun. Kannst du nicht über Nintendo-Freunde direkt nachscheinen? Das geht doch bestimmt auch. Überall, wenn du auch, äh, genau, Freunde über Mario Kart liest. Das sollte doch auch gehen, ne? Hey. Oh, es sind ja auch wieder andere Leute. Ja, weil ich nicht eingestellt habe, äh, zutreten mit Code. Das nächste tun wir ja Memo an dich selbst. Aber das nächste macht, macht Daniel wieder. Ich lege Daniel. Katzen-Peach. Ist auf dem Zweiten. Alles klar, soweit. Ja, die Feuerblume aufbrauchen sollen. Ist gar nicht so nützlich, wie man denkt. Hey, Rote. Die Blaue. Da trifft sie mich. Nein. Ist auf dem ersten Armageddon wahrscheinlich, ne? Mit seinem roten Yoshi. Soll ich jetzt zwei Rote? Verfallert. Das ist aber auch wieder unnütz, ne? Wollen wir es haben? Zieh, zieh, zieh. Ja, natürlich hat er was am Marsch. Verdammt. Man spekuliert, dass die Blaue noch kommt. Das wär's. Überhalt dich zur Abwehr. Ich, wie bei Mario, Abfahrt eben, ey, so richtig kurz vorm Ziel. Ruhig gereiht hier. Aber jetzt kann ich ein paar Tage gehen. Wird eh was am Marsch. Der darf hier rote. The King of Red Shells. Ohne Scheiß. Oder auch nicht. Das ist aber, das ist so einprogrammiert, wenn ich drei Rote hab. Hier kommt der Blitz. Ich hatte ja sogar vier. Ich komm nicht an den ersten Platz ran, ne? Da muss jetzt schon. Blitz kommen. Jetzt müsste der Blitz kommen. Dann würde ich noch erster werden. Ne, werde ich nicht. Nicht wieder so kurz vorm Ziel. Klar. Mir reicht ja schon der Zweite. Und wieso sag ich auch, wenn der Stuhl knackt? Ich kann nachjoinen, aber jedes Mal beim Warten des Spiels bekomme ich die Meldung. Hä? Fehler in der Matrix mal wieder. Keine Ahnung warum. Es ist nicht mein Verschuldung. Guck mal, er hat schon über 200. Aber ich bin auf dem Zweiten in der Gesamtwertung. Lob an mich selbst. Man darf sich auch mal selber loben, ne? Dies ass ich, dies ass ich. Und das ist, ne. Es gibt doch nicht dieses Neotopio da irgendwie, ne? Wenn man die auf 200 Kubik, das ist unschaffbar. Hatte ich ja, wo ich Singleplayer Grand Prix 200 Kubik. Man musste ja für drei Sterne immer erster werden. Wenn man im zweiten Rennen zweiter, muss man komplett das Turnier neu starten. Das war nicht schön. Das war alles andere als schön. Digger, wie viele sind denn jetzt nachgejoint? Vier Stück. Sind nicht mehr viele Runden. Ich hole ihn nicht mehr auf. Daher sagt das nicht. Bei Mario Kart ist alles möglich. Und jetzt kommt die Drachen... Drachenfestung? Oder wie heißt die? Große Drachenmauer. Es ist schon wieder ein Franzose nachgejoint. Wobei der vorhin, den hat man gar nicht gemerkt. Ich hab die Woche gar keinen Fortnite gespielt, fällt mir ein. Schockt auch nicht mehr das Spiel. Das ist ein Player. Das ist ein Nachgewinner. Mann, Mann, Mann. Deswegen kann ich ja in Ruhe das Turnier erstellen. Aber das ging ja nicht mit Nachgewinner. Ach komm. Besten Selbstbekanne. Was hab ich gesagt? Selten dämlich wieder. Ach, scheiß nachgewinnen. Wird ich noch. Was macht ihr das? Ja, aber er trübelt mich da weg. Ey. Oh, oh. Ey, der Klau... Wie kann man denn so ein Pech haben? Ja. Scheiß. Scheiß. Das ist halt Skaletti-Ävish. Nein. Das ist ja eine Abkürzung. Der Geist war jetzt umnötig. Er ist schon wieder. Ach, ich hab nichts eingesammelt. Ich hole mit 11. Ah. Was ist denn hier wieder los heute, ey? Was ist denn... Was ist denn los mit dir? Ja, ich kann jetzt nicht WhatsApp lesen. Das macht auch Sinn, ey. Wenn Leute sehen, ich bin am Zocken, mir dann immer zu... Vor allem Sprachnachrichten, Alter. Sorry. So sorry ist von mir, Mann. Das könnte noch was werden. Ja, aber nicht mit drei Gräumen. Oha. Was ist denn das Ziel? Ja, jetzt kommt eine Rote, oder was? Nein. Okay. Dritter wäre auch sexy. Okay. Oho. Mit dem Blitz inziehen. Heftig. Das ist meine A-Tasse auf der Tasse kaputt. Ich hab da nicht mal raufgehauen. Neuer Command, ne? Was ist denn los mit dir, Domi? So. Komm mal. Die hat man, glaube ich, äh, hatten wir die schon mal? Ja, volle Lobby. Voller geht's nicht, ne? Voller. Voller als... Egal. Wie viel das Rennen ist eigentlich? Keine Ahnung. Wird man gleich sehen am Anfang, ne? Easy. Wollen wir mal nebenbei Nachrichten gucken. Also nicht Fernsehnachrichten. Okay. Das ist schon Runde 18 oder so, ne? 18. das Rennen. Kann das sein? Nichts Genaues weiß man nicht. Wird man aber gleich sehen. Stressig. Ich bin immer weg, komm eh nicht mehr rein. Alles klar, dann schön Samstag auch, ne? Deine Spanien hat auch mies abgefuckt, eben in der Runde. 20. Also mit denen, also 5 Rennen insgesamt noch. Geht doch denn irgendwie fix vorbei, ne? Bei Mario Kart geht die Zeit gut um. Hello, die Yoshis. Das stört mir immer so auch. Hey. 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 Auf dem 12. durchgereicht wurden. Aber die scheiß Nachjoiner, die facken. Ja, schau dir mal die Doppelbox. Ja, auf safe, ne? Ich habe mich alles durch. Ja. Was spielst du denn, Yoshi? Ach, ich bin so. Alter, was ist los? Was ist denn los mit mir, ey? Ja. Safe. Nichts mehr? Hä? Wenn du Gamepersonen spielst, ist jetzt nichts mehr? Macht jetzt keinen Sinn, Yoshi, ne? Merkst du? Der Stern war gerade wichtig, ey. Es kommt wieder was. Ich kenne eine Rakete, Alter. Ja? Oh. Das ist von der Spekt Rocket. Ja, die hält nicht lang. Scheiß. Bist du in der Kurve aufhören, ne? Der Klassiker. Blitz, 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 blitz. Okay, stabil auf dem Dritten. Ich komme nicht. Der gute Yoshi ist so gut. Komm mal der noch. Komm mal der noch. Wieder so ein blöder Nachjourner. Ja, der Kiste. Rundke reingedrückt hier. Mit. Oh, geil. Ja. 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 Mach Pilz, äh, mach Pilz. Nicht. Wie kann man denn so, so kurz vorm Ziel, dass ich doch... Ich hasse das Spiel und spiel's trotzdem. Das sind halt diese Momente, wie bei Barrio Abfahrt vorhin. So echt so fünf Meter vorm Ziel. Scheiße, ey. Ja, ich schmink mir eh den ersten Platz ab. Komm, jetzt richtig stressig Exidebike. Wenn Stress denn richtig, ne? Oh, paar Nachjourner sind weg. Ja, fürs nächste Mal dran denken. Das kommt, weil ich so schnelle Welle den Kot, äh, das Turnier erstellt hab. Was er irgendwie alles nicht so hingehauen hat, mal wieder. Man lernt ja. Ja, raus. Haus mit denen. Könnt man denen hier wieder raushauen, ne? Raus mit die Viecher. 2, 2, 3, 4, 5, 6, also 2 Nachjourner sind auch wieder, noch wieder immer noch dabei. So, ganze Sätze. Und einer kommt dazu. Dumm, dumm, dumm. Geht's auch mal los? Oh. Und noch einer kommt dazu. Och. Zumindest kriegen wir die Lobby voll. So oder so. Zwei Plätze sind noch frei. Ja, Domi, Domi und Sophie sind ja weg. Schade eigentlich, ne? Sophie haut ihr immer ab, wenn sie verliert. Irgendwie nach dem dritten Rennen schreibt sie keine Lust mehr. Das ist nicht Sinn eines Turniers. Wenn's dann natürlich schon längs rausquitten müssen sollen, wie auch immer. Bei den Situationen, die hier wieder unfassbar sind. Badass Boy. Bester Name. Hä, höre Mäusen. Kann grad nicht Bots erbläsen, wär ich beim Zockenbindel. Wäre kontraproduktiv. Der Partner ja jetzt aber auch schon, ne? Ja, später. Also ich mach ja bis 21 Uhr, dann raiden wir wieder. Gibt's mal auf die Ohren. Und dann hab ich Zeit. Wow. Kann ich auf den Angriff gehen? Ja, ich mach ja bis 20 Uhr, wenn's nix bringt, wahrscheinlich. Doch. Uh. Ich schmeiß damit Bananen nach mir. Alles klar. Boah, hätt ich jetzt... Ja, so oder so getroffen. Schön nach hinten geschmissen hier. Ach, Herr Krupp. Uh. Die Wund ist irgendwo zerschellt. Die Wund ist zerschellt. Zerschellt. Mann. Ich hab ja immer die blaue in mir in der Kopf, ne? Immer auf dem ersten S, das ist so deutlich. Und sie. Ja, ich hab schon 10. Ja, mein 10 Voll. Ja, genau. Jetzt müsste ich eine Trüte kriegen. Natürlich nicht. Ich wusste, dass mehrere Trüte kommen. Es kommt wahrscheinlich noch eine und dann war's das wieder. Was hab ich gesagt. Boah, die ist irgendwo kaputt gegangen. Yeah. Muss was zum Abwärmen. Eigentlich hätte ich die Grün behalten sollen. Eine Trüte. Ey, bester Mann. Ah, scheiß auf den gefilgten Fisch hier. Der Fisch. De, 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 de. Genau so. Bist du was anderes verstanden? Bei gefilgte Fisch? Ich hab mich auch fast versprochen. Das war keine Ab. Wobei es ja nichts Schlimmes. Eieiei, warum läuft das denn nicht immer so? Weil keine blaue kam. Das ist, wobei ich dann nicht, hätte ja wegtrüben können. Aber schön. So lobig mettert, wa? Ich hab mal auch die 200 geschafft. Genau, 251. Save. Der ewige Zweite wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht. Mein Ziel ist für heute Top 3. Komm, die hatten wir echt noch nicht. Ruhlenraserei ist anstrengend. Am Ende wieder so die Pilzabkürzung und so. Und dann aga. Das war nicht fair. Kann man irgendwie sagen, hier weg. So ein Rauchs aus der Lobby. Tschüss. Tschüss. Natürlich kein Tschüss. Geht ja auch nicht mehr lang, das Turnier, ne? Irgendwas um die 20 Rennen haben wir ja schon. Von 24. Warum muss ich dran denken? Animal Crossing grünen kaufen. Ich schaff's ja nie am Sonntag vor zwölf, äh, an der Switch. Switch. Weil ein Gezwitschert von unterabend vorher. Meistens. Endlich. Boah, Lobby voll. It's full of people. I don't know. Hm. I'm gonna end some ice cream. Das ist meine Map. Leid sich zu viel versprechen, aber war ich immer ganz stabil. Den Münzen haben wir auch voll. Schön in der Mitte gesetzt, die beiden. Ah, die hätte ich behalten sollen. Ich habe nur eine Einzelbox-Helbis. Naja. Nein. Na egal. Ich habe richtig gut Vorsprung. Curioserweise. Ja, ist meine Map. Auf Oldschool Super Nintendo. Ich kann nur hoffen, jetzt in der Final Round kommt eine das B-Wort, ne? Die blaue. Was habe ich? Das kann es nicht sein. Ja, jetzt wird man wieder... Oh. Wieder nur eine Box. Na egal. Das war die blaue Show. Das klingt eine Münze. Egal. Ich versau es selber. Ich versau es selber wahrscheinlich. Ja, oder auch nicht. Sag doch, das ist meine Map. Stabil. Kannst du mich raten, Amagenon auf dem zweiten? Nee. Skaletti auf dem zweiten. Heftig. Heftig. Oder spielt sie als, äh, bario. Das ist Daniel. Der andere, keine Ahnung. Cheesland. Cheesland. Alter, ich muss montags sucht die Clips. Ein, es kommt neues Best-of-Video. Es kommt neues, äh, OME-TV-Videochat-Video. Äh, Mario Kartonier. Cyberpunk-Folgen. Also, gut was zu tun im Moment. Deswegen ist Montag auch kein Stream. Montags. Weil, einen Tag muss man echt so, nur Videos schneiden. Das kommt man nicht hinterher. Gerade, wenn man so Let's Plays, ne. Ich mach ja eine Stunde Folgen immer bei Cyberpunk. Also, spiel zwei Stunden und mach daraus zwei Let's Play-Folgen. Und das Spiel, muss ich sagen, den ersten Tag so, hm. Aber jetzt, wenn man so in der Story drin ist, Kommissions-Design, hammergeil. Ist natürlich so Cyber-mäßig, aber muss man mögen. Also, die Spielwelt ist auch nicht so der Knaller. Im Gegensatz zu GTA, da ist deutlich mehr los. aber halt die Story, ne. Die fetzt rein. Ganze Aufmachung. So, vorletztes Rennen. Ach, Gott. Fuck, ein Ager gefahren. Ja, mein Munze, ey. Undankbar, das Spiel. Richtig undankbar, ne. Ei, 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 ei. Ja, wer Brems verliert. Da war was, ne. Die Bananen. Das ist das, was ich meine, wenn man hier Filze hat, ne. Ja, echt. Ist der Rote wohl eine Banane, der alt. Kann man auch nochmal nachkürzen? Auch diskret. Das ist das, was ist das denn? Ach, komm. Oh, was ist das denn? Voll, wieder gebremst. Hey, wieso hab ich denn jetzt den Bumarang eingesetzt? Weiß man nicht. Da wie das so ein blöder Natscheu, dann fängt mit dem. Ach, komm hier nicht ran mit dem Bumarang. Verdriftet. Nein. Das ist wieder so ein... ...ne Dummheit. Oh, ja, ja, ja. Diskret vorbei. Ich bin ja nicht. Ah, ich fahre im Acker, ich fahre im Acker. Pilz, pilz, pilz. Stabiler Zweiter, ist okay. It's okay. It's alright. Alter Zampf in der Judo. Welchen Song war das? Keine Ahnung. Timbaland, ein Timbaland Song. Heftiger Typ auf dem ersten, ne? Nützt nix. Sich definitiv gleich eine kleine Break machen. Wollen wir mal auf Classic Donut Ebene? Dann haben wir es auch gleich, ne? Ganz suche. Wieso geht der Feind da jetzt nicht auf? Ach doch. Schweigtisch. Äh, wo habe ich denn den Ordner? Da nicht, da nicht. Nein. Was kommt jetzt? Donut Ebene, komm. Nee. Letztes Rennen, ne? Letztes Rennen. So, nochmal durchstarten. Ich glaube aber, ich werde Zweiter, ne? In der Gesamtwertung. Ist ja nicht schlecht. Dasə ist eine Weise. Letztes Rennen, ne? Letztes Rennen. Letztes Rennen, ne? Das ist das im letzten Turnier passiert mit dem Nachschreiner. Und ich habe es heute noch im Chat mit Daniel geschrieben. Gegen Nachschreiner und so, ne? Ai, 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 ai. Richtig Togo Drift hier. Ohne Rute. Ja, er hat eh was im Arsch. Als Verschwendung. Nein, das war wieder... Nein. Ich gebe es auch mit Mario Kart. Jetzt hat der Boomerang mich noch getroffen, ey. Richtig Fälle gewesen. Oh, ey. Eleanor. Oh, du Eleanor. Ja, komm. Ich bin auf dem achten Team, bitte. So. Komm, was ist mit Golfpicks hier? Wichtig auf Abkürzungs-Gal. Ja, nicht verglichen. Schöpfen. Noch mal extra geguckt, so. Auf Provokation hier. Oh, das war jetzt gut. Oh, nee, ne? Du dummes. Dieses Spiel. Oh, meine fucking Pflanze, ey. Plans vs. Zombies hier, oder was? Jetzt kommt wieder einer am Stern. Nein. So mit dem bönen Tintenfisch. Nein, ey, das ist... Ey, das war jetzt das dümmste im ganzen Turnier. Schön in der letzten Runde auf dem achten Mal ein bisschen. Mein Kopf ist kaputt von dem Spiel. Wenn man nicht bescheuert war, ist man spätestens jetzt. Ja, dat war's. So, gucken wir uns natürlich die Rangliste zum Schluss einmal an. Kann ich nur sagen, Glückwunsch an Armageddon für den ersten Platz. Falls du nicht auf meinen Discord bist, schreibe ich dir den Code über Twitch. Direkt nach ich, ne? Ja, war echt, äh, boah. Natürlich der ewige Zweite, ne? Hm. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.